Stell dir vor, du liegst auf deinem Sterbebett. Würdest du dir wünschen, mehr Zeit im Büro verbracht zu haben? Der Tod birgt unglaubliche Kraft in sich. Nicht der Tod selbst, sondern der Gedanke an den Tod. Seit Jahren habe ich auf meinem Facebook-Profil erziehte Bild Memento Mori, was so viel heißt wie Gedenke, dass du sterben wirst. Steve Jobs hat vom Tod gesprochen, Sokrates hat vom Tod gesprochen. Also etliche Philosophen und Unternehmer und erfolgreichste Menschen der Welt sprachen vom Tod. Irgendwann, wenn du geboren wirst, erlebst du deine Kindheit. Meist frei, zumindest spirituell frei. Du hast keine Sorgen, du hast keine Ängste. Wenn du lachst, dann lachst du. Wenn du weinst, dann weinst du. Dann irgendwann im Alter von 20, 25, manche mit 30 fangen an zu arbeiten. Das geht dann ungefähr bis 70 so. Dann kommt das Rentenalter und irgendwann kommt der Tod. Erstens, der Tod muss nicht hier kommen. Er kann jederzeit kommen. Das Krankenhaus ist voll von Menschen, die glauben, dass ihnen nichts passieren würde. Wieso solltest du davon ausgeschlossen sein? Zweitens, die meisten Menschen, die ich kenne, leben nicht ihr Leben. Denn das Leben besteht leider zum Großteil aus Arbeiten. Leider aber nur dann, wenn es für dich ein Leider ist. Und das ist das, was ich meistens erlebe. Anstatt das zu machen, was sie in ihrem gesamten Leben wirklich machen wollen, machen die Menschen das, was sie gerade zum nächsten Wochenende trägt, zum nächsten Feierabend und so weiter. Ich höre, hey, noch heute ist Montag. Ich höre, noch drei Stunden, dann ist Feierabend. Ich höre mittwochs, hey, jetzt ist Bergfest. Ich höre, hey, ich habe jetzt drei Wochen Urlaub. Endlich. Das Leben besteht nicht daraus, sich nur zum nächsten rettenden Wochenende zu schleppen. Denn wenn du so lebst, dann verbringst du über 70% deines Lebens mit einer Sache, die du nicht liebst. Du leidest bei der Sache, die du tust, weil das, was du tust, was einen Großteil deines Lebens bestimmt, dich nicht erfüllt. Aber genau das muss nicht so sein. Und das kannst du in erster Linie ändern, wenn du dir bewusst machst, und darum mache ich das Video hier, dass dieser Zeitpunkt, der Tod, irgendwann kommen wird. Er wird auch vor dir keinen Halt machen. Stell dir vor, du liegst auf deinem Sterbebett, würdest du dir wünschen, noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. Wenn du älter wirst, kommt irgendwann ein Zeitpunkt, bei manchen mit 50, bei manchen mit 60, 70 oder 80, an dem du aufwachst und all die Dinge nicht mehr tun kannst, die du dein Leben lang tun wolltest. Also, tu sie jetzt, denn wir alle sind sterblich. Auch du, werd dir dessen bewusst. Bis dahin. 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 Bis dahin.